hallöchen meine freunde und willkommen beim digital fuchs es ist mal wieder so weit wir haben sonntag und wie an jedem sonntag möchte ich für euch die tradition aufrecht bewahren und ein gewinnspiel machen und zwar zum einen ein steam spiel als gewinncode den ihr von mir erhalten könnt für all diejenigen von euch die kein rocket league haben oder die keine items mehr in rocket league brauchen oder ähnliches und natürlich für unsere rocket league fans auf der playstation 4 habe ich diesmal auch was cooles vorbereitet ihr seht ihr schon so ein bisschen im hintergrund es geht um diesen wunderschönen mantis und den möchte ich ganz gerne für euch verlosen dann habt ihr mal ein cooles auto mit dem ihr so ein bisschen hier in rocket league ein paar runden drehen könnt ich hoffe das gefällt euch und ihr folgt euch jetzt natürlich wie immer was müssen wir diesmal tun um ein steam spiel oder dieses coole fahrzeug zu gewinnen und zwar folgendes ihr müsst zunächst mal bitte das video liken wenn das nicht schon längst getan habt dann müsst ihr bitte den channel abonnieren wenn ihr das auch nicht schon längst getan hat wenn ihr das schon getan hat alles dann müsst ihr einen netten kommentar unter dieses video schreiben und zwar es geht so ein bisschen auf die mittagszeit momentan zu und ich bekomme hunger so und da brauche ich eure hilfe und ihr müsst mir bitte netten kommentar drunter schreiben was euer lieblingsessen ist also was ihr den ganzen tag essen könntet was mutti am besten kocht oder eure freundin frau wie auch immer wird mich einfach mal interessiert vielleicht sogar der döner um die ecke oder irgendwas schreibt mir einfach mal was ihr so am liebsten verzehrt egal ob mittags morgens abends in den kommentar so um einen gewinn abzuholen die auflösung findet am nächsten samstag in rocket league im live stream statt da wenn ich das ganze dann für euch auflösen und zwar ist das der dritte märz so ihr müsst dann bitte am dritten märz live stream online sein wenn die ziehung dann quasi ist und euren name fällt müsste ich irgendwie bemerkbar machen dass ihr anwesend seid um diesen wunderschönen mantis oder eben das steam spiel zu gewinnen und ich hoffe das spiel ist natürlich immer so eine kleine überraschung da suche ich mir irgendwas tolles für euch aus und ich hoffe ihr habt damit spaß teilt liked kommentiert fleißig vielleicht teilt ihr das video auch mit euren freunden würde mich natürlich super freuen und ja wenn der kanal so ein bisschen hier die abos kriegt und so weiter ansonsten liebe freunde wünsche ich noch einen schönen sonntag ich hoffe ihr habt dann auch eine coole woche haut rein bis dahin euer digital fuchs